ARD Text im Auftrag von Funk Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr uns gerne sagen, was wir für Experimente machen können Sei es eine Explosion im Vokan ausbrechen lassen oder so Wir machen das hier in diesem Studio Jordan und Samys Experimente-Küche Sag mal, war die Sauber! Das ist mein Titel, ne? War die Sauber! Das Reiß, heute werden ein paar Sachen in die Luft gejagt heute, ihr Juhu! Wie eine Akite! Ey, ey, stell vor, hier ist ein Kuh, ne? Wollen wir mal in die Kuh gehen, ne? Wollen wir mal in die Kuh gehen? Heute wird eine Explosion passieren, die habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen Wir haben so drei, vier Experimente heute für euch vorbereitet Nicht nur eine, das wäre ja langweilig Eine nach der anderen! Und dann... Wie eine Rakete! Guck mich nicht so schäbig an, Junge, dein Schweiß tropft schon runter Boah, Junge, warum bin ich so ein dicke Schwein, Alter? Ich schwitze, ja? Ich schwitze! Ich schwitze! Junge, geh mal wirklich mal zum Training, also ich schwitze beim Sitzen Cola und Sprite soll man mixen, ne? Ist besser als... Also wenn man nur Cola macht, kommt da so eine Fontäne Aber wenn wir Cola und Sprite machen, kommt da ein Vulkan raus Haha! Und das wollen wir! Wir wollen nicht die einfachen Sachen, wir wollen die krassen Sachen! Ey! I like the new buy now New buy now New buy now To suck the body so out Popo so out Ey, 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 warte, warte, warte mal Ey, macht mal einen Screenshot und schickt uns das wieder auf Instagram, ihr seid so sexy Jaaaa! Friends, habt ihr den Stopp-Schild da hinten gesehen? Habt ihr doch gar nicht gesehen, ne? Da ist ein Stopp-Schild! Jaaaa! Eins! Como es das Wollbyetschugani? Como mu echo do besto gani? Como no es tu do wetschigani? Ey, hör doch auf, Bruder! Bruder, das ist Essen, ne? Oh, fack, mein Mikrofon, ja! Ah, mein Kopf, du Schein! Hä? Bruder, bitte pass doch mal auf, du dumme Sau! Der Ey, hier ist noch Reis von Sushi drauf! Ja, was soll das, Sammy? Mach mal deinen Stuhl da richtig! Oh, klar! Wir haben ja auch eine Putzfrau, ne? Die kommt ja mal so... Boah, ey, warum ist das so heiß hier? Haha! Das wird so geil, ey! Freunde, seid ihr gleich bereit für den Tornado? Den gibt's hier heut für die Twitch-Community! Boah, Freunde, es wird so eine Explosion geben! Warte doch mal, schwank doch jetzt schon mal! Hör doch einfach auf, da muss doch Sprunde drin sein, sonst geht das doch nicht! Bruder! Ich bin der geborene Tornado! Ey, wenn die Typen irgendwas zu machen, ist immer so ein... Boah! Hey! Papa, der Sammy wollte mich hauen! Ey, du bist so ein dummes Ferkel, ne? Ja, siehst du, das passiert, wenn man alles schüttelt! Haha! Boah, das wird auf jeden Fall eine Explosion geben! Freunde, wenn irgendwas nicht kaputt geht, ne? Dann ruf die... 1-1-0! Nein! Altersheim! Ruf bei dein Altersheim an! Ruf bei der Psychiatrie an, ich schwöre! Was ist das, ja? Bruder, chill doch mal, du dumme Kuh! Was ist das, ja? Bruder, bitte, ja, bitte! Was ist... Was mach ich jetzt extra? Was mach ich jetzt extra? Du dummes Kind, Alter, ja? Ich bin nicht wie du! Ha! Taktiker! Nyaaau! Du dummes Kind, du machst jetzt auf die goldene Couch, machst du jetzt alles nass, ja? Ey! Das ist doch der Drip! Jo, du hast den Drip auch nicht verstanden! Haha! Okay, ich glaub das reicht, ja? Oh! 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 Ich fass mich nicht an mit dieser Scheiße! Ich ruf die Polizei, wenn du so weiter musst! Ich ruf die Polizei, wenn du so weiter musst! Oh, Jordan, ja! Ich komm, ich bin eine Sekunde weg, guck mal was der wieder macht! Ey, du dumme Kohler! Mh, Mentos! Jetzt im Angebot! Boah, ich bin voll mit Kohler! Hilf mal jetzt, Mann! Guck nicht immer so zu! Olaf! Frisst er hier wie ein Schweiß? Der guckt zu! Ich muss gucken, was mein Lehrling macht! Ich hab doch... Ich hab doch einmal Lehrling, ne? Hör mal jetzt aus, Mann! Weil wir lustig sind! Alter, du bist so ein Holz, Michel, ne? Ja, warum frisst du immer? Warum frisst du immer? Du willst nicht aber arbeiten! Warum frisst du immer? Warum frisst du immer? Warum frisst du immer? Weil wir arbeiten haben und wir auch was machen! Ey, guck mal, guck mal, guck mal! Warte mal! Guck mal! Lebt denn da! Hör doch mal auf, Junge! Hör doch... Hör doch mal auf, Junge, ja? Mann! Du bist so neidisch, ne? Lebt! Ey! Ja, da hast du Angst! Ey, lass mal klein anfangen! Wo ist die Kohlerverschloss? Lass mal da! Lass uns erst mal auf kleine Basis anfangen, Alter! Ey! Ey! Ey, ich pack alles rein, ne? Cool, wie viel das denn ist! Bis oben hin voll! Drei! Zwei! Wir bleiben sitzen, ne? Eins! Bring the action! In the boys in the club! Hä? Hallo! Hallo! Hä? Mach mal Spread auf! Mach mal Spread auf! Das kann nicht sein! Mach mal Spread auf! Hä? Hä? Boah, jetzt bin ich sauer, Freunde! Jetzt bin ich richtig, richtig sauer! Warte mal! Jetzt machen wir doch mal sauer! Jetzt bin ich... Nicht hier rein! Nicht da rein! Nicht da rein! Nicht da rein! Ja! Hey! 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 Lieb denn der alte Holzmichel noch! Holzmichel noch! Alter! Klappt doch mal jetzt! Alter! Ey, die Kausch! Ey, hör mal auf! Brot out! Nein! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Nein, nein, nein! Komm her, komm her! Du Hund! Bruder, du Spasti! Hör doch auf! Warum machst du auf mich? Jetzt geht der Mannschaft auf uns! Scheiße! Guck mal, ich bin nass, du Spasti! Du Spasti! Was ist Oma? Wir wollen nur Eier im Jahr! Was ist Oma? Wenn du Eier hast, pack dein Kopf da rein! What more, baby! Espanola! Ich bin Freddy Krüger, jetzt live auf Sendung! Colgate weiß! Das Colgate ist schwarz, Junge! So, ich hol dir mal ein Stuhlchen! Alter! Ey, selbst mein... Hey! Guck mal, alles voll! Mein Stuhl! So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ne Mülltote! Ey, ich bin... Das ist Cola! Ja, das nennt sich ne... Das nennt sich ne Vakuum Challenge! Freunde, ich zeig euch einmal die Vakuum Challenge hier auf Dings! Ich zeig nicht! Nein! 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 Man kann davon drauf gehen. Also... Das wird jetzt mal ein Experiment der Piraten, ne? Oh! Da passt ja der Weihnachtsmann rein! Samy, ich schwöre, hilf mir mal! Ja? Ich komm nicht hoch, oder? Ja, Junge, egal was! Der kriegt nix gebacken, der Typ, ja? Junge, du hast keine Ahnung, man merkt das ja. Jetzt muss er das zumachen. Drei, zwei, eins! Ah! Ey, Samy! Das ist auf mein Arm! Das ist auf mein Arm! Mach mal raus, mach mal raus! Oh, das hat sich am Arm gehangen! Schnell weiter! Ey! Ey, mach raus! Ah! Samy, mach raus, ich schwöre! Boah, Samy, mach raus! Samy, mach raus! Samy, mach raus! Samy! 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 Eiskücher, Freunde! Ey, das... Ich krieg keine... Samy! 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 Alter! Alter, bist du stupid! Bist du stupid! Oh mein Gott! Alter, ich hab voll Platzangst! Bist du stupid? Bruder! Mein Hals! Ich bin kein Tier! Versuch doch mal, Alter! Warte! Ey, mein Fuß ist raus! Du musst richtig! Ey! Los! Los! Ey! Ey! Arme Rücken! Stopp, Alter! Mach raus, mach raus! Nein! Was ist das? Zimt! Jordan und Samys Experimenteküche! Ey, Freunde! Gefällt euch das? Dieses Konzept für euch? Ey, wirklich! Falls ihr geile Experimente habt! Wir machen alles! Schreibt uns auf Instagram! Jetzt mach... Du fang an! Heute fängst du mal an! Was passiert denn da? Ich weiß nicht, was da passiert! Keine Ahnung! Das gibt einfach eine Challenge! Die war im Trend! Und was musst du machen? Einfach mal... Du musst einen ganzen Löffel! Das muss groß sein! Bringt nix, wenn du klein machst! Entweder einen großen Löffel oder wirklich! Aber das musst du wirklich viel in deinem Mund machen! Das muss schon so sein! Bringt nix, wenn... Du stupe Typ! Mehr, mehr, mehr! Bruder, da ist nix! Ey! Ey! Du darfst nichts trinken! Du darfst nichts trinken! Salam, denn das ist Abfahrt in den Mund! Da krieg ich keine Luft mehr! Sammy? 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 Boah! Das ist ja nicht... Das verstoppt deine Atemwege! Was spuckst du da hin, Junge? Das tut es aus wie ne Putzfrau hätten, die halt sauber macht, ne? Es fällt alles daneben! Du dummer, stupid Mensch! Sobald du das in deinem Mund hast, will ich dir was sagen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Alles, alles! Das ist kein Spaß, Junge! Freunde, schreib jetzt alle Ja! Das ist kein Spaß! Wenn alle jetzt ein Ja reinschreiben, dann musst du es nochmal machen. Geh mal her jetzt! Gib mal die Zimt! Nimm alles, wenn du ein Mann bist. Wenn du ein Mann bist, nimmst du alles. Nur wenn du ein Mann bist. Wenn du eine Frau bist, musst du nicht machen. Für euch, Freunde! Ey! PC ist doch da, Alter! Wieso packt man uns alleine hier in eine Bude rein, ja? Was ist das? Wir können ja auch nochmal machen. Freunde, morgen 20 Uhr, FIFA-Mitch! Bei FIFA sind wir keine Freunde. Doch! Spaß, Junge! Ich hab trainiert wie ein Meister! Papp, papp, papp! R2! Das gibt's noch! R3 hab ich gelernt! Ja, ja, ja! Geht mal erst mal einen neuen Controller morgen kaufen! Ja, gar kein Problem! Ich kauf und dann bin ich raus! Freunde, ich muss so kappen! Ich kapp mir in die Hose! Ich liebe euch! Morgen 20 Uhr! So, und jetzt war die Sommer!